Ich gehe heute zum Seoul Forest und wir haben jetzt gerade ungefähr 12 Uhr und ich mach mich jetzt auf den Deckel. Also ich hab mir die Strecke auf Kakao Metro auf der App einfach rausgesucht. Und ich fühle mich nun von G-Idle, den neues Haar und der was kam. Ich muss eigentlich nur einmal aufsteigen von Line 2 auf die Gelbe. Ich hab vergessen welchen war das, ich glaube 3 vielleicht oder 1, ich weiß es richtig. Gut, ich habe mir gesagt, dass du mir jetzt bist, ach ich jetzt immer noch mehr. Meine zwei von Venus Dorn haben so einen Eisböcher gekauft und ich habe so einen Protein-Shake mit Kaffee-Geschmack gekauft und jetzt setzen wir uns irgendwo hin und trinken das und später haben wir noch eine Reservation gemacht für ein Museum. Ja, es wird spannend. Also wir waren noch auf so einem Barfußpfad, muss ich einen Film, eine Ausstellung, wie auch immer. Und ich freue mich wieder zu bekommen.